Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Specials, des 1250 Abonnenten Specials. Und habe ich meine Einstellungen wieder alle eingestellt. Ich meine schon, es müsste jetzt alles wieder gehen, denn ich habe ein bisschen rumprobiert. Und da sind die Items total verbuggt. Das lag aber daran, dass ich eine Modifikation FPS Plus installiert habe. Und die kommt mit Tinkers Construct nicht klar, deswegen musste sie wieder rausfliegen. Und ich habe etwas Neues installiert. Animated Players. Das sieht natürlich ein bisschen blöd aus mit den Lianen jetzt. Aber ich kann ja mal zeigen, so sehe ich jetzt aus. Mit meinem Schwert, was dann ein bisschen verbuggt ist halt, weil das hinten rausguckt. Ähm, weil es erst ab, also es wird praktisch so gerendert. Da wird das erst ab dem Obsidian-Schwertteil an sich wird das gerendert. Deswegen sieht das ein bisschen seltsam aus. Aber es ist schon ziemlich, äh, ziemlich genial. Wenn man hier zum Beispiel auch was isst und so, ist schon ziemlich genial. Also das musste einfach mal als Gag rein. In First Person sieht man ja eh nichts, aber einfach so als kleines Späßchen. Ja, und wir haben uns ja geheilt. Und, ja, und es sieht alles andere als, es sieht nichts so aus, sagen wir es mal so, dass wir in Kürze sterben. Denne Fackel aufgesammelt. Hm. Denn um was wir uns schon mal Sorgen, was heißt Sorgen, Gedanken machen müssen, Sorgen, ganz und gar nicht, ist, ähm, warte mal, die Sound-Sendie ist alles bei mir da. Ähm, ist die Smeltery. Ah, gut, mit dem Mettoch geht das sowieso, mit dem Mettoch, genau, mit dem Mettoch geht das sowieso nicht so gut. Wir brauchen einen Arsch voll Kies, ey. Deswegen wäre auch meine Höhle ganz sinnvoll. Jetzt mal den ganzen Kies hier abkloppen. Warte mal kurz, kann ich noch, ja, ich kann näher als Mikrofon wohnen, ne, ich möchte auch näher als Mikrofon, danke. Schön. So, jetzt aber. Gut, wunderbar. Lassen wir den Kies hier absammeln. Gut, ja, fünf Flint, sehr nötig. Und ein Klüper, der ist auch so doof. Oh, der kann man persönlich ein bisschen zu nah. Jo, erstmal ab ins Loch. So, das war's mit ihm. Das sind ja keine richtigen Probleme mehr. Unser Schwert geht halt zur Neige. Ich glaube nicht, dass wir das so schnell ersetzen können. Gravel haben wir so ein bisschen. Haben wir Lehm. Nicht, dass ich wüsste, oder? Ne, also ich sehe hier nichts, nichts von Lehm. Hier oben waren ja wirklich nur... Was zum Teufel. Ähm, hier waren ja wirklich nur die Sachen für Tickers. Oh, klar. Das ist ja im Moment überhaupt nicht nötig. Ähm. Ja, wir sollten mal echt alles reparieren. Die, die Mettok, die kann man echt nur mit Bronze oder was, ne? Reparieren. Hm, ich probiere es einfach mal mit Eisen. Hm, Toolstation. Ne, gehört nicht dazu. Das hier natürlich. Das können wir da voll und ganz reparieren. Aber die Mettok, naja. Es ist, wie es ist. So, hier wachsen ja auch unsere, ja, unser Weizen praktisch. Für ein paar Brote. Ähm, jetzt geht es aber erstmal... Ja gut, wir müssen an der Höhle vorbei. Obwohl wir uns aber langsam immer trauen. Fast Zombie. Alter, ihr seht schon auf der Map, da bewegen sich alle... Okay, die waren alle verbuggt. Brennt, ihr Idioten, brennt. Das ist natürlich... Nein. Ist der schlau. Oh, Goldschwert, da müssen wir aufpassen. Ihr seid aber auch so blöd. Das ist echt keine Gefahr mehr. Gut, ein bisschen Fleisch bekommen. Okay. Guten Tag. Die scheinen sich irgendwie nicht bewegen zu wollen. Die sind irgendwie schlauer. Oh, Creeper. Auf der Map. Da oben ist er. Ich sehe dich, Creeper. Du hinterlästiges Drecksstück. Weg. Zack. Haben wir auch noch eine Minimusscherbe. Perfekt. Weil die brauchen wir früher oder später brauchen wir auch Minimusscherben. Und hier dürfte alles gewachsen sein, oder? Ach, überhaupt noch nicht. Nein, dann überhaupt noch nicht. Ich dachte schon, das hätte es... Ist hier der Reis fertig, glaube ich. Naja. So gut wie alles. Aber warten wir noch ein bisschen ab, bis alles wirklich reif... Oh, oh. Ist der in der Höhle? Ja, muss er sein. Wir brauchen definitiv einen Boden. Ist das ein Scheißhut? Oh, oh. Äh. Ist das ein Special? Brainy Zombie. Zack, zack. Zack, zack. Golden Chestplate. Okay, hier ist noch so ein Brainy. Wo kommen die alle her? Der ist aber aus der Höhle, okay. Ich frage mich echt, wo die alle herkommen. Das gibt es ja gar nicht. Naja. Aber immerhin haben wir jetzt hier Golden Chestplate. So, mal wieder alles hier reinwerfen. Brote haben wir ja noch. Das nehmen wir ja. Gut, die Karotten können wir erst essen. Wir haben nur zwei Minim-Scherben. Also das werden wir nicht alles zu haben. Kriegen wir nicht so schnell hin, leider. Aber wir können uns... Also auf dem Weg zu Smeltery braucht man definitiv noch ein bisschen Lehm. Das ist wirklich besonders schlau, der Brainy Zombie. Oh, das ging leicht. Oh, und es wird dunkel. Ähm, dann müssen wir das auf nächsten... Morgen, nächsten Tag verschieben. So, da haben wir wieder Sachen gesammelt. Da kommen die Sachen nochmal da rein. Jo, eine Glasflasche. Was soll man daraus machen können? Ach, die Granaten. Ja, ja, klar. Ja, unter diese Potion Shelfs. Die werden wir auch vielleicht hoffentlich... Ich hoffe es, dass wir es bald einsetzen können. Aber dafür brauchen wir Gastränen. Oder... Okay, wir können schlafen. Oder halt... Die, ähm... Melonen. Aber die werden mit einem ganzen Goldblock gecraftet. Glitzernde Melonen. Unglaublich, echt. Ich glaube, die sind immer noch so. Glist. Mhm. Früher Nugget. Heute ein Block. Ich glaube es nicht. Aber das wäre jetzt das Eheste, was ich machen würde. Kann man ein Lasso machen? Kann man sich herstellen? Ich denke nur, dass die Enderperle uns fehlt, weil das ist ja... Ja, genau. Klar. Enderperle wäre ja auch sehr seltsam. Wir können übrigens mal einen Smaragd und... Ja, ne, Diamant... Muss ja noch nicht sein. Ähm, auf unsere Spitzhacke anwenden. Dann hält sie jetzt etwas länger. Das ist dann nicht so schlecht. Die Methock hier. Ja, ja. Die müssen wir bald verbannen. Und dann Voll-Volleisen-Methock machen. Obsidien-Schwert können wir nochmal reparieren. Das geht noch. Gut, da kommt wieder ein Zombie. Der will uns verfolgen. Gibt es hier irgendwo Lehm? Das ist Lehm. Wunderbar. Dann nehmen wir uns am besten eine Tür mit. Denn damit... Es ist ja ein uralter Trick praktisch, mit einer Tür ins Wasser zu gehen. Ähm, weil da ja so ein Block Luft entsteht. Also ganz ehrlich, ich glaube, wir haben sogar noch eine Tür, ne? Ja, zwei sogar. Total, totaler Sinn macht das. Naja, aber es ist zu unserem Nutzen. Für unser Nutzen ist es ziemlich praktisch. Und dann sofort die Zombies. Die laufen immer unterirdisch hin und her. Weil die mich überirdisch hören. Sollen sie ruhig rauskommen. Können sie schön verbrennen. Das wär's, wenn's Creeper mit Rüstung gäbe. Zu genial wär das. Oh, hier ein Mega-Kiesbett im Fluss. Und Sand brauchen wir, glaube ich, dafür. Dann, ähm... Gehen wir am besten in eine... Haben wir hier eine Wüste überhaupt? Ich glaube nicht. So, perfekt. Der Lehm reicht meistens locker aus. Perfekt, dass man die Tür auch dann umklappen kann. Das ist echt nicht schlecht. Mit Türen einfach. So, dann nochmal hier rein. Da können wir hier nochmal ein bisschen abgraben. So, perfekt. Gut, ein Zombie verfolgt uns jetzt nicht. Auch wenn da der böse Zombie auf der Karte ist. So, wir haben auf jeden Fall genug Lehm gesammelt, glaube ich. Für die Seared Bricks, die wir brauchen. Dieses Recovery-Add-On müsste eigentlich auch drauf sein. Okay, aber ein bisschen abgraben, denn darunter scheint sich halt auch noch Lehm zu befinden. So, dann noch hier. Oh. Warte mal kurz. Na gut, jetzt ist es ja auch egal. Mein Computer macht so komische Geräusche, weil ich mein Gamepad wieder anders hingelegt habe. Und das vibriert jetzt manchmal so komisch. Aber ist nichts Schlimmes und auch nichts... Oh, ach du Scheiße, die Creeper. Drei Stück. Oder vier? Es sind vier. Alter. Die sind in der Horde aufgebrochen, wie ich schon mal erzählt habe. Sind das Ärsche? Ich hoffe, es sind keine speziellen. Weil die Jumping Creeper, die machen mir zu schaffen. Weil die springen. Alter. Die sind doch nicht... Hä? Ach so, die waren hier unten. Okay, sind doch in der Höhle. Tja, wie wollte ich hier rauskommen? Ihr seid doch so blöd, ey. Na ja, hier gibt es leider keinen Ausgang, ihr Deppen. Könnt ihr ruhig stundenlang hin und her laufen. Hin und her so mitlaufen. Mir nachlaufen. Könnt ihr gerne machen. Juckt mich nicht die Bohne. Wenn ihr keinen Weg nach oben findet, ist das schon nicht verkehrt. Ja gut, okay. Da haben wir jetzt nötigen Leben gesammelt. Und Sand haben wir etwas. Würde ich aber gerne noch ein bisschen... Ach so, das war ein anderer. Oh, da ist ein Creeper jetzt ausgebrochen. Da ist er. Wir verstecken uns in den Lianen. Da sieht er uns nicht. Der will sich auch tarnen. Das gibt es ja gar nicht. Aber er hat mich... Er hat mich, glaube ich, gehört oder gerochen. Deswegen hat er dann doch zu mir gefunden. Faustkampf. Haha. Do it like a man. Zack und weg. Oh, oh. Zombie incoming. Gestorben. Okay. Puh. Naja. So, das kommt nochmal weg. Ähm. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Sand. Da müssen wir halt hier mal ein bisschen abgraben. Was soll? Alter, ich hätte ja gerade gedacht, da wird irgendjemand stehen. Kriege ich das unbescheidig denn? Ich glaube nicht. Aber wir können den guten alten Fackeltrick hier auch benutzen bei diesen anderen Touch. Das ist... Geht genauso. Und so kriegen wir in kürzester Zeit genug Sand. So. 37 schon gesammelt. Ja, hier ist natürlich dann... Der halbe Teich noch. So, dann können wir das nämlich hier abreißen. So, dann wissen wir... Okay, wir können jetzt in die Richtung... Können wir jetzt doch... Nach Belieben abbauen. Weil aber, wenn wir die Smeltry haben, dann können wir unsere... Naja, gut. Das war jetzt nicht so toll. Ähm. Können wir unsere Erze nach Belieben erweitern. Nicht festhaken. Ach, ich würde eigentlich nur da. Dankeschön. Jetzt haben wir wieder zwei Sand. Ganz ehrlich. Den habe ich definitiv nicht anvisiert. Das war... Ein super genialer Bug. Hier passiert auch wieder was. Ja. Hä? Achso, das senkt sich hier langsam ab. Mein Gott. So, jetzt ist aber gut. Einfach nur ein bisschen Sand. Die Methock ist leider echt sehr lahm dadurch. Ich habe keine Ahnung, was das... Äh. Was für ein Realismusgrad das hat. Dass es da nicht so schnell über Sand geht. Als ob es überhaupt irgendeinen Sinn machen würde. Ist ja auch eine Schaufel. Naja, ich verstehe es nicht. Hier die schöne Treppe. Zum Sandstock. Besser gesagt, äh, besser gesagt vor allem. So genannt. So gesagt. Weg damit. Ist das nachgewachsen? Ich glaube schon. So, erstmal alles verstauen. Wir brauchen auch bald eine neue Kiste. Eine größere. Aber vom Sand her sieht es gut aus. Vom Lehm her sieht es gut aus. Vom Kies her sieht es nicht gut aus. Das ist die Sache. Oh, da ist einer wieder ausgebrochen aus seiner Höhle. Also die müssen wir definitiv ausleuchten. Lightning Creeper. Oh, oh. Da kommt einfach ein Blitz, wenn er sich sprengt. Ha. Dein dämliches Redstone habe ich direkt mitgenommen. So, dann noch das Fleisch von dem Zombie, der eben hier gestorben ist. Alter, nein, eine Höhlen-Spinne. Irgendwo unter der Erde. Scheiße. Äh, naja. Die kommen halt auch vor. Aber Redstone ist ganz nett, weil wir das noch nicht haben. Ach, aber ich will auch nur leben. Und da ist schon wieder einer ausgebrochen. Das gibt es nicht. Hat der uns schon gesehen? Nee. Hallo? Und weg. Immer schön mit Ruckstoß arbeiten. Ist ja zu blöd, da die Stufe hochzukommen oder was. Zack. So fliegt er nämlich genau weit weg. Und hier, Faustkampf. Bats. Weg bist du. Gut. Ja, den Baum können wir eigentlich auch fällen. Und ein Apfel. Wundervoll. Gut. Das haben wir schon mal. Da haben wir noch einen weiteren Apfel für unsere Sammlung. Ähm. Äpfel her. Jo, und alle fünf Apfel, die wir jetzt haben, da rein. Das weg und das weg. Und das weg. Gut. Ja, also das Bett immer mitnehmen. Und jetzt langsam mal wirklich Kies sammeln. Ich will ja nicht den ganzen Boden vom Dorf jetzt hier rausreißen. Wo gibt's denn noch Kies? Einen so kiesigen Biom? Gibt Ruhrschaf. Oh, ne. Schon wieder ein Creeper. Hallo, Creeper. Ich brauch eh Minim-Share. Oh Gott. Ha. Zehn. Bats. Weg bist du. Hier gibt's Kies. Nicht zu wenig. Aber die Monster, die ziehen schon auf. Dann gehen wir am besten direkt zurück. Zu unserem Zuhause. Dann können wir dann direkt da schlafen. Ist am sichersten. Nicht, dass doch irgendwas passiert. Und essen. Perfekt. Aber wir haben ja eine Minim-Scherbe noch bekommen. Gute Nacht. Die Daufebwohner leben ja noch zum Teil noch. Die, ja, ich würde so gern versuchen, die mal wieder zu, äh, wieder sich vermehren zu lassen. Dazu können wir das goldene Lasso machen, wenn wir irgendwo, irgendwo mal, äh, eine Ender-Perle herkriegen. Warte mal. Ender. Die kann man sich ganz einfach herstellen. Perfekt. Nur noch Minim-Stein. Da können wir uns eine Ender-Perle herstellen. Da haben wir schon ein halbes Lasso. Und da können wir die alles, da können wir in diesem Haus, was da drüben ist, das da hinten, hinter dem Baum, das wird dann zum, zum Dorf... Alter. Da wird ein Creeper zwischen. Oh. Bei dem, bei dem Haus, da hinten wird ein Dorfbewohner-Vermehrungshaus. Ah, Creeper, du hast so einen Scheißhut auf. Diese Lianen, die sind so kacke nervig. Buds. Cheesehead. Ist das dämlich. Bitte keine Skelette. Alter, das Skelette ist ganz nah. Renn. Was war das denn? Eine Statue, die nichts bringt. Alter. Die versuchen mich alle hier zu bekommen. Hier geht's auch lang, aber die werden vom Wasser her abgetrieben. Wie man auch schon sehen kann auf der Minikarte. Wir brauchen eh kein Lehm mehr. Das ist nicht das Problem. Hier gibt's ja alles außer Lehm. Das kann doch nicht sein. Hier auch nix. Bernstein. Hm. Kein Kies, warte mal. Da müssen wir dann doch den Boden vom Dorf nehmen. Ähm. Wäre jetzt am, am sichersten. Ich möchte nicht... Oh nein, da ist ein Skelett. Ich weiß noch nicht, wo genau. Hm. Dann gehen wir lieber mal nach Hause. Oh, oh, oh. Ja, dann nehmen wir halt den Kiesweg. Wie schon gesagt. Können wir ja machen. Zwar ist es da nicht besonders schön hier, aber... Die Welt ist eh früher oder später weg. Da achtet ja keiner drauf, ob das jetzt mal schön gewesen ist oder nicht. Kies kann man sicherlich auch herstellen mit dem Minimumstein, aber das können wir leider nicht in Anspruch nehmen. Noch nicht. Oh, da ist ein Zombie gespawnt. Deswegen müssen wir auch immer hinrennen. Wenn irgendeiner gespawnt ist, so ein Einzelner, das ist sicher. Und der ist gedespawnt. So, die Erde können wir hier ruhig mitnehmen. Was vor allem so unnötig ist, ist diese Schicht hier. Die können wir komplett abtragen. Diese Tigger-Skonstruktor-Verwunder scheinen da, ähm, sich mehr zu halten. Also, sie überleben besser. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen, aber irgendwie werden sie es wohl schaffen. Mehr KP oder, ja, Lebenspunkte besser gesagt. Hier jedenfalls. Pokémon ist immer KP. Chronotyker ist LP. Okay, naja, so ist das halt. So, Kies. Erstmal alles hier raushauen. Das halt macht echt keinen Sinn, das mit der Methock abzubauen. Weil das geht kein bisschen schneller und verbraucht nur Methock, also. So, perfekt. 44. Erstmal mit der Erde. Können wir das hier noch machen? So. Um einiges flacher. Und, das dürfte es eigentlich auch gewesen sein für diese Folge. Ein bisschen Kies sammeln. Ich glaube, ich werde off-screen ein bisschen Kies sammeln und dann geht die nächste Folge los. Na gut, dann vielen Dank fürs Zusehen dieser Folge. Und wir haben auch schon ordentlich Kies gesammelt. Dann sagen wir mal, wir nehmen mal das meiste von allen. So, dann können wir das hier nehmen und das hier. Grout. Und das dürfte definitiv reichen für alles. Ja, müssen wir gar nicht mehr auseinander nehmen hier. Oh, oh. Ah. Gut. Puh. Heh. Habe ich gar nicht kommen gesehen. Na gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 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 Tschüss.